Hallo und herzlich Willkommen zu meinem ersten YouTube Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, heute in dem Video ist mit dabei DLS19 Farmer 2.0. Servus! Ja, Julian, hast du garst, hast du das jetzt schon gehört? Ja, darfst du bei 3K Instagram einen YouTube-Kanal starten. So sieht's aus. Ja, der gute und liebe LLS19 Farmer 2.0 ist hier auf YouTube mein Lehrmeister, Mentor. Genau, und das war eine kleine Wette. Wenn ich meine 3K voll habe, starte ich meinen YouTube-Kanal. Genau. So Julian, jetzt sag doch mal, was man hier so machen soll bei dir auf dem Hof. Ja, also, kannst halt Mähtasche, du kannst hier bei der Kaltposition, dann kannst du jetzt mal Kaltgeistel und Maschine. Ich bin mir gerade schon mit 2 Autoloader angefahren, dass wir mal die Plätze in den Bigfax drüber fahren. Okay. Und verkaufen, dass ich nochmal schön Geld träge jetzt, weil dann her, kannst du eigentlich machen, was du willst. Sehr schön, das sieht sich gut an. Ja, Leute, ich bin jetzt hier im New Holland drin, im Radlader. Dann würde ich sagen, packe ich mal ein bisschen Kalk in die Maschine, was Julian gemäht hat. Dann würde ich euch ein bisschen erklären, was hier so auf YouTube, auf meinem Account los ist. Ja, also, was wird es hier geben? Hier wird es auf alle Fälle LS-Content geben. Ja, es ist so geplant, also, Let's Play, Single, Let's Play und natürlich auch Projekte zusammen mit einem LS-19-Farmer 2.0. Ja, man munkelt ja auch, dass eventuell Mod-Vorstellungen hier kommen. Ja, bis jetzt ist noch nichts sicher. Genau. So, natürlich hier, ja, der Radler spinnt gerade ein bisschen, aber egal. Ja, ähm, es wird hier auch, ähm, äh, Timelapse kommen, jetzt mal für den Anfang. Ja, vorneweg, was man sagen muss, ähm, für das Erste wäre hier mal, mal, ich geplant, mal ein Video in der Woche hochgeladen. Genau, das wäre jetzt so mal die Erste Infos. Ja, Leute, das wäre es jetzt auch schon wieder gewesen mit den Videos, weil es da ja noch ein kleines Vorstellungsvideo gewesen ist. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder einen Daumen da. Beides wäre natürlich am besten. Aktiviert die Glocke, schaut beim LS-19-Farmer 2.0 vorbei, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, dann sieht man sich beim nächsten Video wieder. Danke, bis zum nächsten Video, ehren, Mann. Also, Leute, dann würde ich sagen, dann, ja, man sieht es im nächsten Video wieder. Bis dahin, ade und 40.